hallo mein lieben und willkommen zurück auf mein kanal heute ist leider sonntag heute ist der letzte tag von meinem wochenkalender keine ahnung werden wir einfach jetzt mal aufmachen die alles in der infobox auch die online hat gruppe wo man diesen kalender kaufen kann steht alles unten in der infobox drin wenn ihr zwischendurch mal ein paar infos von mir wollt was als nächstes für ein video kommt oder ob ich wieder irgendwas neues bestellt habt dann könnt ihr auch gerne auf meiner facebook seite gehen ich bin im überlegen mit instagram account machen wenn ja lasst mir gerne einen daumen da oder ein kommentar mit instagram oder hashtag instagram weil dann lege ich mir für euch internet regelmäßiger infos und kann ja meine bestellungen schneller sehen oder auch entscheiden ob ihr die video sehen wollt das hier ist klinik mega klinik braucht man immer klinik geht immer wirklich das mega und den klinik hatte ich auch schon der ist so super der macht halt sein job was er machen soll was zum klinik am besten ist also tun sollte ich habe ihn nämlich genau den gleichen mega das ist gut weil wenn ich dann zu meiner mama kann ich den mitnehmen der ist auf jeden fall handlicher und in meiner dispenser flasche da läuft es immer ein bisschen aus muss ich mal gucken dass die pflicht online hat eine kauf oder sagt mir mal wo ihr eure dispenser flaschen her habt wenn ihr welche habt weil das würde mich schon interessieren so das war jetzt leider sonntag leider der monat der wochenkalender leider zu ende ja schon traurig ist aber echt cool also ich werde auf jeden fall noch mal kaufen also die wochenkalender kann man nicht im shop kaufen den müsst ihr in der facebook gruppe dann kommt da ab und zu so eine aktion dass man die ersteigern kann oder also monatskalender konnten er steigern der wird dann wenn du nach steigern ist mit so viel eingepackt wie nun bezahlt ersteigert hast du bezahlt hast ich habe jetzt den wochenkalender den günstigsten genommen für 22 euro und ich kann dann noch mal zeigen was drin war das war sonntag ich versuche euch mal ein bisschen raus sonntag die totalen kohlen ist worauf geht die toten köpfe ich muss immer aufmachen weil die falsch rum und das seht ihr dann so schlecht mein moment das dauert jetzt wieder ein bisschen länger ist schon wieder falsch und so eine intelligenzbäusen ab und zu die toten köpfe waren samstag was war noch mal freitag freitag genau freitag war ich habe mir die alle so hingestellt hier ein bisschen aber ich habe schon die reihenfolge vergessen aber naja es ist ja nicht so schlimm wir kriegen auf jeden fall alles zusammen freitag war das treasure all in one milky rosa rosa milky dann kam ich habe laute tüten erinnere ich mich eher was da drin war das freitag was war freitag noch mal drin mensch bin ich vergesslich was war freitag das ist ja freitag gott ich bin ich bin so verwirrt gerade so dann war donnerstag was war donnerstag ich glaube donnerstag war die handcreme so lecker kann ich nur empfehlen wirklich ich muss ein licht anders machen dass ihr es besser seht die handcreme mittwoch war der versiegler dienstag war der pinsel und montag sticker und das gel und ich finde das ist so super ich würde sofort mir wieder einen kalender bestellen ich finde es wahnsinn weil du bist jeden tag morgens krass eine kleine überraschung das ist total cool ja die gruppe natürlich alles in der infobox die ganzen produkte findet ihr auch alle in der infobox mein facebook kanal meine facebook seite findet ihr auch in der infobox und ich hoffe euch hat die reihe gefallen wenn ihr noch mehr so eine reihen sehen möchtet da schreibt mir das gerne in die kommentare oder wenn ich irgendwelche boxen testen soll wie die sind oder wenn ich generell was testen soll dieses video also die dieser kalender ich muss es noch mal sagen das ist keine werbung wirklich das ist keine werbung das habe ich mir selber gekauft da wurde mir nichts zugeschickt ich wurde nicht bezahlt dass ich das vorstelle oder irgendwas ich möchte ich wollte euch nur mehr an meiner freude teilhaben lassen so ich hoffe euch hat das gefallen und dann würde ich sagen bis dienstag weil dienstag kommt ja das nächste video tschüss